17 bis 21-jährige junge Männer, die nicht bei ihren Familien, sondern in Heimen aufgewachsen sind, werden von bereits gut im Leben stehenden Männern individuell bei ihrem Übergang in die weniger behütete Welt draußen, in die Arbeitswelt, in die Selbstständigkeit begleitet. Der sogenannte Patron hatte bereits mit Jugendlichen zu tun und ist als männliche Bezugsperson Vorbild für den Jugendlichen. Sie machen gemeinsame Unternehmungen wie Fischen oder ein Eishockeyspiel anschauen. Zumindest zwei Jahre lassen sich die aktuell zwölf Tandems aufeinander ein. Sie werden dabei professionell begleitet und es gibt Trainings zur Jobsuche und zum Umgang mit finanziellen Dingen. Die nächsten Tandems werden bereits gesucht.